heute darf ich euch einen ziemlich neuen ford f 250 heavy duty zeigen das fahrzeug hat eine alu karosse dementsprechend haben wir an der karosserie nichts gemacht aber der rahmen und die achsteile sind aus stahl und die haben wir sowohl von innen wie auch von außen komplett versiegelt hier auch auf kundenwunsch blattfedern differenziale achsen und so weiter mitgemacht hier sieht man den schweren rahmen vor der achse ein 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 ein